Hallo ihr Lieben, heute teste ich mal von Eino ein Dark Blend und zwar ist das Another Galax She. Das ist ein Litchi, das ist ein richtiger Zungenbrecher. Wird in einem sehr sehr sparsamen Kopf getestet. Und ich zeige euch jetzt mehr. Mein kleiner Freund bewacht schon hier den Karton und zwar war in diesem Karton dieser schöne Kopf. Hier drauf steht Lit Lip, aber es ist eigentlich ein Low Lip, also der sparsame Kopf. Aber trotzdem ist dieser Karton sehr schön. Laut Hersteller braucht er ungefähr 6 bis 8 Gramm und das werden wir jetzt gleich mal testen. Und zwar mit dem guten Eino Litchi Tabak. Da gibt es auch viele verschiedene Meinungen, deswegen habe ich gesagt, den teste ich persönlich jetzt mal. Es gibt Leute, die sagen, der ist super und es gibt ganz viele Leute, die sagen, der ist nichts für mich. Und ich mag Litchi und deswegen werde ich den jetzt mal in diesen schönen Low Lip Black Rave, heißt der übrigens, ein schönes Blau. Möchte ich den mal testen. Jetzt baue ich erst mal das Köpfchen. Aber das braucht ihr nicht sehen. Ihr wisst ja, wie man Köpfe baut. Das Köpfchen ist gebaut und es sind gerade mal 8 Gramm Dark Blends, sogar ein bisschen angepresst, mit ganz leichten Kontakt. 8 Gramm ist schon nicht schlecht, ne? Das ist eine Hausnummer. Da wollen wir mal diesen wunderschönen Kohlekorb zur Seite stellen. Ja, Kohlen sind drauf. Jetzt warten wir noch ein paar Minuten, bis wir den ersten Zug nehmen können. Wer sich gefragt hat, was ist das für eine geile Pfeife? Das hier ist eine Vyro Mose Noir mit einem etwas anderen Sleeve. Den Totenschädel mit den schönen großen Zähnen. Und hier nochmal so einen Ring, den habe ich mir machen lassen. Aus dem 3D Drucker. Richtig nice das Teil. Absolut der Hingucker, würde ich sagen. Ja, was können wir denn so diesen Döschen hier sagen? Döschen ist schon mal gut, dass der Tabak in eine Dose kommt und nicht in dieser Pappschachtel. Ich mag sowas viel, viel lieber. Galaxy oder Galaxy ist schon ein sehr schönes Logo. Sehr, sehr ansprechend, finde ich. Wenn man die Dose öffnet, ist hier oben drauf noch eine Folie. Ansonsten nichts. Kein Beutel, kein gar nichts. Vom Schnitt her würde ich sagen, ist der sehr fein. Aber ich hatte jetzt gerade auch ein dickes Stück Tabak noch da drin. Aber das kann immer passieren. Das geht man bei den Schreddern einfach verloren. Wie gesagt, ich finde es sehr schön. Wieder verschließbare Dose. Einfach oben nur eine Silberfolie drauf und fertig. Kein extra Beutel, kein nichts. Preis ist übrigens, ich habe hier die Steuerbanderole abgenommen, weil die war mitten auf dem Logo. Bisschen dumm geklebt, aber das macht halt die Maschine. Hier 25 Gramm für 4,99 Euro. Das geht. Also, ich finde für einen Dark Blend ist 4,99 Euro für 25 Gramm top. Vor allen Dingen ist das hier kein Molasse Grab. Also, da ist wirklich keine überschüssige Molasse drin. Alles super eingezogen. Schnitt, habe ich euch ja schon gesagt. Eigentlich sehr fein, wie es für einen Dark Blend sein sollte. Hier ist mehr Tabak als Molasse drin. Das finde ich schon mal sehr lobenswert. Und wie riecht das gute Stück? Ja, man hat eine richtig gute Litchi drin. Ein bisschen Honignote, würde ich sagen. Aber man hat so die Litchinote von einer frischen Litchi in der Nase. Schauen wir mal, wie der Geschmack ist. So ein paar Minuten habe ich jetzt schon. Schauen wir mal, ob der jetzt schon kommt. Boah, der braucht noch ein bisschen. Der braucht immer noch ein bisschen. Ich war mal so frei und habe mal einen Ständer für den Tabakgut, damit ihr ihn besser sehen könnt. Eins muss man ja bei Lowlip sagen. Der ist sehr, sehr sparsam. Den könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Der ist jetzt da oben gelandet. Sehr sparsam. Aber er braucht eine gewisse Zeit, bis er kommt. Also, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal getestet. Es dauert wirklich so ein paar Minuten, wirklich. Vielleicht sollte ich ihn einfach länger stehen lassen. Zwei Kohlen drin. Eine auf Kipp. Aber wenn er da ist, dann ist er richtig gut da. Dann gibt er auch richtig Hitze und Performance und überhaupt 6 bis 8 Gramm. Das ist jetzt Darkband angedrückt. Also, Virginia haut schon hin mit den 6 Gramm. Definitiv. So, ich würde sagen, jetzt ist der voll da. Der I Know Another Galaxy Darkblend Tabak. Ich habe schon vieles über den gehört. Auch einiges, wo die Leute sagen, es gefällt mir nicht. Es gab auch jemand, der sagte, da ist Kühle drin. Also, ich persönlich schmecke da keine Kühle aus. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Also, bei mir ist keine Kühle drin. Bei mir ist wirklich ein reiner Litchi-Geschmack drin. Schmeckt der wie die Litchis, die man so beim Asiaten auf den opulenten Nachtisch-Buffet findet? Nein. Das ist eher so eine frische, frisch gepflückte Litchi, wie man die aus gut sortierten Obstläden oder Supermärkten kennt. Was ich sagen muss, für mich könnte der ein bisschen mehr Litchi-Geschmack haben. Das ist so ein bisschen flach. Der könnte ein bisschen mehr Power haben. Ist jetzt meine Meinung vielleicht zum Mischen top. Ich probiere immer alles erst pur. Und ich finde, er könnte ein bisschen mehr Litchi-Power haben. Schielt ja eigentlich auch immer so, wenn er die Ringe macht. Man hat immer diesen verrückten Blick drauf. Von Nikotingehalt her kann man sagen, er hat schon ordentlich Bums. Das ist merkbar. Ich habe schon diesen Dusel im Kopf, dieses Gefühl im Hals. Man hat diesen leckeren, erdigen Darkblend-Geschmack. Ist er jetzt unbedingt für Einsteiger einer Darkblend-Szene? Vielleicht ein bisschen zu stark. Er ist aber nicht so stark wie so manch russischer oder manche amerikanische Darkblend-Sorte. Aber er hat schon ordentlich Bums. Kann man nicht anders sagen. Kann man so stehen lassen. Mein kleines Fazit. Also die Pfeife ist super. Läuft top. Der Kopf läuft auch super. Aber den habe ich schon ein paar Mal getestet. Das weiß ich. Wie gesagt, er braucht ein bisschen, bis er kommt. Aber wenn er kommt, dann kommt er richtig gut. Und sehr, sehr sparsam. Kommen wir zum Wichtigsten. Das ist der Tabak. Ordentlich Bums. Leckerer Geschmack. Für mich könnte er aber definitiv mehr Litchi-Geschmack haben. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich kann das jetzt nicht teilen, dass die Leute sagen, der hat Kühle oder der schmeckt mir überhaupt nicht. Der schmeckt gut. Vielleicht auch zum Zumischen ist er für mich ganz gut. Als purem Flavor wäre er für mich nicht so geeignet. Da gibt es andere Litchi-Formate, die mir besser schmecken. Aber das heißt natürlich nichts, weil wir wissen, Aino ist eigentlich eine sehr gute, oder es ist eine sehr gute Tabakmarke. Und die machen sich jetzt immer breiter mit dem Dark Blend. Und der Dark Blend, von denen ist wirklich eine Wucht. Nur Litchi ist leider nicht meins. Aber naja gut, ihr müsst euch euer eigenes Bild machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liken, kommentieren und lasst ein Abo da. Ich bin raus.